Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Martendo. Ja, zurück bei Undertale, Part 14 sind wir tatsächlich schon. Und waren das letzte Mal hier bei dieser Mikrowelle stehen geblieben. Ach, es ist ein Laser-Safe, sorry. Wo ein Stück Käse drin ist. Was ja schon ein bisschen strange ist, wenn man was überlegt. What the f- Nein. Oh, fuck. Was? Was? ach du scheiße okay let's fucking go ach du kacke okay das weiß ich jetzt schon das wird schwer let's go komm der erste ist gleich tot holy was ist das okay wenn ich immer einmal getroffen werde sollte das ja eigentlich passen so der erste ist tot der erste ist safe tot das macht mir vielleicht ja das macht mir viel leichter und trotzdem wurde ich einmal gehütet lol naja komm fuck it aua lol ok ich wurde nicht gehütet auch wenn es gerade ganz knapp da noch aussah einmal noch da bist du daun oh naja ok kommt fuck it du bist auch daun so jetzt kann ich dahehen wo ich will ahja dr alphys du gehst mir aufsack auch nein mhm ernsthaft schon wieder schon wieder dieser spaß die äh oh ähm kannst du kannst du mich bitte einfach in ruhe lassen und der hundgott gehört jetzt bestimmt ihm Warum hat der jetzt einen roten Schwanz? Ich hätte vielleicht nach der Bombe suchen sollen Lass mich in Ruhe, danke Ach, fuck Hä? Ja, what the fuck? Sorry, das ist... Hä? Ach, das bringt mir doch auch nichts Ich weiß doch nicht, was ich machen soll, du Bastard Ah Okay Wen soll ich denn fangen? Ah, scheiße Ja Let's go Was, wo soll ich denn hin? Ach, nicht schon wieder Ja, und jetzt? Was soll ich denn machen? Du Fotze Ich check nicht, was ich machen soll Ich gebe ja alles Oh, oh Nur noch drei Sekunden Und nur noch zwei Sekunden Ja, komm Oh, das ist mir scheißegal, Alter Und jetzt verpiss dich Und jetzt verpiss dich Hm Oh, okay Boy, das war kurz, huh? Ich denke, ein bisschen closer than I would have liked Ich sollte have given you better directions Äh, und... ...there just wasn't... ...wasn't enough time. Well, well... ...that's Mettleton's... ...Mettleton's... ...Fault, not mine. Ja, komm, fuck it. Lass mich weiter. Danke. Ich geh mal hier lang. Okay, schon wieder so ein Hintergrund. Ring, Ring, Ring. Was, da stand irgendwas mit... ...Ascore. Was? Ich komm grad nicht auf mein Leben klar, hä? Es gibt einen Left Floor 3. Okay. Oh! Ich glaub, ich bin richtig. Schon wieder diese Musik. Die hatten wir doch vor ein paar Parts erst. Ich glaub, vor sechs Parts oder so. Okay. Ich bin grad leicht überfragt. Ah. Nächstes Puzzle. Cool. Ja, dann lass mich doch. Lass mich doch. Lass mich doch. Mein Gott. Alte Hexe. Ah, Mann. Easy. Oh, lol. Oh, lol. Ah, nicht schon wieder so was. Too easy. Die waren davon noch nicht da. Was willst du? Okay. Und du? Okay. Gut zu wissen. Hab zwar kein Wort verstanden, aber okay. Ah. Ne, hä? Ich muss ja noch runter. Ich muss ja noch irgendwie runterkommen. Ja, hier. So, let's go. Hä? Ah, nein! Schnell weg. Lass mich doch. Oh, ich geh einfach auf Shore. Alter, lass mich jetzt. Ich hab... Ich hab so... Boah, wie oft veränderst du nur noch deine Fresse. Ach so. Mach nur einen Versuch. Ja, nice. Nee. Doch, so. Gut. Können wir ja weitergehen. Ah! Hm, ganz genau. Weil ich auch so sehr Blumen mag. Yes! So. Alter, wir kommen richtig schnell voran. Holy! Wir machen ja einfach mal zwischenspeichern. Nein. Nicht nochmal speichern. Ach. Fuck it. So. Oh! Jetzt wird's spannend. Ich lauf... Ich lauf mal lieber nicht in die Spinnennetze rein. Fresse! Halt's, Maul! Ja, okay. Jetzt muss ich... Hä? Hä? Halt doch dein Maul! Fresse! Holy shit, das ist... Och, nö. Holy fuck! Was bist du denn für eine? Bin ich der Einzige, der da gerade auch gedacht hatte, dass es laggt? Als ich so langsam gelaufen bin? Dann auf einmal? Ja. Nein! 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 Holy! ... ... ... ... Oh! Ah, das ist schon schwerer. Die verliert so langsam HP. Holy. Ach du Scheiße. Habe ich Heil-Items? Ne, habe ich nicht. Fuck. Kann ich? Ne, kann ich nicht. Fuck. Na komm, dann muss ich jetzt den fucking Spare nehmen. Holy, was bist denn du von Vieh? Du sahst aus wie ein Croissant und bist geflogen wie ein fucking Boomerang. Wow! Was? Och, nö. Nein, ich bin tot. Also gleich. Och nein. Bitte nicht. Ach komm, fuck it. Ahhhh. Naja, fuck it. An der Stelle beende ich hier auch den Part, werde ich sagen. Ähm, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Äh, will ich was sehen auf jeden Fall. Äh, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr das Video mit als erster seht. Was, was mache ich hier für Handbewegungen? Fuck it. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Part fandet. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bei Undertale oder Mario Kart 2, äh, Mario Kart 64. Oder auch am Sam, äh, am Samstag, in meinem Samstagsvideo. Ich würde sagen, wir sehen uns und ciao! Tschau! ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.